Wer hat den Beutel mit den Wäschekammern mit? Oh! Moin! Zehn wir nicht. Halt! Ja! Ja! H-O-E! D-S-E! H-O-E! D-S-E! Lasst mal, lasst liegen, lasst liegen, lasst liegen. Wie geht es an sich dieses Jungs? Jetzt schon wieder ins Null? Na ja, abwarten. Oh, ein bisschen Platz, sag ich mal. Für Optimismus. Ja, da ist Platz. Also gut. Oh, schön. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, jetzt. Ach, Mann. Wie gesagt. Gut, gut, gut. Hey, hey, hey. Ah. Ah. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Sehr schön. Tristan, vote lo! Tristan, vote lo! Gehen, gehen! Gehen, gehen! Weiter, weiter, weiter! Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Schade! 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 Noch eine Chance? Ja? Schön, so. Jawohl. Ja! Oh! Oh! Der ist ja gut. Ja, der hat den 3-0 zu hoch. Ja, der hat den 3-0 zu hoch. Ja, der hat den 3-0 zu hoch. Dresdner Sportclub! Oh, schau! So, eine Viertelstunde. Viertelstunde. Oh, ist das auch ein Schritt. Leute, geht doch mal richtig drauf, da! Da kam eine Bahn um die Ecke, das war wahrscheinlich die Einrückung für 6. Ach so. Da hab ich aber gedacht, die 2 ist weg und da bin ich bis Dobritz gefahren. Von Dobriter 1 fahren. Okay. Jetzt hätten wir an die 2 umzusteigen und bin halt eine Runde durch ganz Dresden. Oh, das ist schon schön was zu sehen. Ja! 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 Schau! Ja! Schau! Ja! Ja! Dann entspann ich ein bisschen, Stefan. Das war direkt. Das ist unglaublich. Oh, schön. Also, das... Verschieben! Verschieben! Naya. 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 Ne, irgendwie. Geil. Jawohl. 1 zu 1. Wunderbar, wunderbar. Wir danken uns auch nochmal bei den Kleinen, die heute mit eingelaufen sind. Bei den Postkleinsten. Kannst du dir noch einen Freund mitbringen? Ihr habt �me drauf. Komm her! Komm her! Komm her! Vielen Dank. Vielen Dank.